Möchtest du nicht auch wissen, wie du Ängste und Stress in deinem Alltag reduzieren kannst ohne Medikamente und aufwendige Therapien? In diesem Video verrate ich dir, was 5 Minuten Klopfakupressur täglich an positiver Veränderung bewirken auf deiner kognitiv-mentalen Ebene, emotionalen Ebene und körperlichen Ebene. Mein Name ist Tina Husemann und ich bin Expertin für Stress- und Traumacoaching, spezialisiert auf die traumasensible Klopfakupressur. Klopfakupressur oder EFT, Emotional Freedom Technics, ist das sanfte Beklopfen ausgewählter Punkte im Meridiansystem. Bekannt und erfolgreich eingesetzt wird diese Technik bei der Bewältigung von Ängsten und den Folgen von Traumata. Ursprünglich wurde besonders das Lösen von Blockaden im Energiesystem mit der Klopfakupressur als positiver Effekt verbunden. Heute gibt es aber viele weitere spannende Erkenntnisse, die ich jetzt mit dir teilen möchte. Angst und Stress aktivieren je nach Intensität das alte archaische Stressmuster, um das physische Leben, dein Überleben zu sichern. Du kennst es, erhöhte Wachsamkeit, Ausschüttung von Stresshormonen, Aktivierung all deiner Körpersysteme, die du brauchst, um entweder flüchten oder angreifen zu können und gleichzeitig runterfahren all der Systeme, die für diese spezielle Situation überflüssig sind. Dinge wie Stoffwechsel, Immunsystem und so weiter. Ganz wichtig, auch die kognitiven Fähigkeiten werden in diesem Moment ausgeschaltet. Wir sprechen von einem reinen Überlebensmuster. Solange die Ursachen von Stress und Angst mit einer hohen Emotionalität verbunden sind, greift immer dieses archaische Stressmuster und ist gleichzeitig dein Frontalhirn, dein denkender Apparat ausgeschaltet. Das erklärt dir vielleicht auch jetzt schon, warum du immer wieder in vermeintlich gleiche Situationen kommst, gleich reagierst, obwohl du es dir eigentlich ganz anders vorgenommen hast. Du kannst gar nicht anders reagieren, weil du nicht über deinen kognitiven Bereich in dem Augenblick verfügst, weil das archaische Stressmuster, das Überlebensmuster aktiviert ist. Das Klopfen hilft jetzt, den Stress zu reduzieren und sorgt dafür, dass Glückshormone ausgeschüttet werden, die Stück für Stück dieses archaische Stressmuster ausschalten und deinen kognitiven Bereich wieder einschalten. Das ist der Grund, warum du mit, vor allen Dingen nach dem Klopfen, auch das Gefühl hast, einen gesunden Abstand zu der Ausgangssituation, zu der eigentlichen Angst, zu der bedrohlichen Emotion zu finden und auch die Möglichkeit verspürst, vielleicht von einer anderen Warte, diese Situation zu betrachten oder mit dieser Situation umzugehen. Das Klopfen hilft dir also, deine Verhaltensweisen nicht nur zu durchdenken, sondern auch wirklich neu und anders fühlen zu können, wenn du in die betreffende Situation kommst. Die Möglichkeit, Stück für Stück eine andere Perspektive und mehr Distanz einnehmen zu können, zu belastenden Emotionen, die Stress auslösen und damit deinen kognitiven Bereich ausschalten, gibt es natürlich auch für innere Überzeugungen, Glaubenssätze, Glaubensmuster, Gedanken wie ich bin nicht gut genug, mich hat keiner lieb, das schaffe ich sowieso nie, sind mit einem enorm hohen Stress verbunden oder können es sein und dieser Stress reduziert sich und deine Möglichkeiten, die vielleicht doch besser annehmen zu können, dir vielleicht doch mehr zutrauen zu können, erhöht sich einfach dadurch, dass du immer wieder diese Meridianpunkte beklopfst. Was passiert auf der körperlichen Ebene? Studien zeigen, dass das Beklopfen des Meridiansystems dazu führt, dass der Kortisolspiegel positiv nach unten verändert wird. Das Kortisol ist das Stresshormon, was ausgeschüttet wird, wenn du eben unter enorm hohem Stress stehst. Studien haben über Speicheltests gezeigt, dass nach dem Beklopfen zu bestimmten Situationen eben dieser Kortisolspiegel deutlich gesunken ist. Ein gesunkener Kortisolspiegel, ein gesunkener Stresslevel bedeutet, dass das Immunsystem wieder hochfahren kann, mehr Energie und Kraft zur Verfügung steht für dein Immunsystem und es bedeutet auch, dass das Nervensystem wieder ein bisschen ausgeglichener wird. Das Beklopfen der verschiedenen Meridianpunkte hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Biochemie deiner Körperzelle und damit auch auf dein ganzes Körpersystem mit den vielen Untersystemen und wirkt sich deswegen sehr positiv auf dein körperliches Wohlbefinden aus. Was passiert emotional? Viele Emotionen wie Wut, Hass, Trauer, Ärger, Ohnmacht, Machtlosigkeit sind Gefühle, mit denen wir uns logischer und verständlicherweise unglaublich schwer tun und die wir versuchen immer weit von uns fernzuhalten. Mithilfe der Klopfakupressur wird es wiederum möglich, das schon angesprochene Stressmuster, was immer automatisch hochfährt, wenn wir es mit Emotionen zu tun haben, die wir eigentlich nicht so nah an uns heranlassen wollen, dieses Stressmuster wird reduziert und du kannst mithilfe der Klopfakupressur diese Gefühle auf ein gesundes Maß wieder ausbalancieren. Jedes Gefühl, was wir haben, jede Emotion ist wichtig, hat ihren Grund, brauchst du auch für deinen Alltag, für dein Leben, aber immer in einem gesunden Maß und die Klopfakupressur hilft dir, dieses Maß in dem richtigen Balance für dich zu finden und daraufhin runter zu regulieren. Sicherlich nicht auf einmal, aber Stück für Stück immer ein bisschen mehr. Was passiert kognitiv-mental? Viele Gedanken, viele Überzeugungen, unbewusste, aber auch sehr bewusste Gedanken verursachen Stress und das schon angesprochene Stressmuster wird aktiviert und der kognitive Bereich ist ausgeschaltet. Darüber habe ich schon gesprochen. Jetzt greift aber mithilfe der Klopfakupressur etwas sehr, sehr Spannendes und Außergewöhnliches. Du kannst mithilfe der Klopfakupressur zunächst erst einmal dafür sorgen, dass du diese unangenehmen Gefühle, Gedanken, Körpersensationen oder auch Reaktionen, Stichwort Panikattacken, aushalten kannst, ohne zu kollabieren. Ich kann das jetzt aushalten, auch wenn es unangenehm ist und ich bin trotzdem sicher. Dieser körperliche Impuls des Klopfens sorgt dafür, dass das Stressmuster reduziert wird, der Kortisolspiegel wieder ausbalanciert wird, der kognitive Bereich wieder angeht und das, worauf wir uns ja sonst so verlassen, nämlich der Verstand wieder greifen kann und sagen kann, ja klar, ich bin hier sicher, ich bin hier auf meinem Sofa und das ist einfach nur eine ganz spezielle Reaktion meines Körpers, meines Nervensystems auf etwas, was mir vielleicht gerade nicht bewusst war, was aber irgendwas in mir ausgelöst hat. Von dieser Stufe kannst du mithilfe des Klopfens zunächst wechseln und Stück für Stück diese Körperreaktionen, deine emotionalen Reaktionen, deine Gedanken zunächst einmal akzeptieren und anerkennen und damit löst sich gleichzeitig im Energiesystem so viel Stauung auf der körperlichen Ebene, so viel gebundene Energie, dass du schon mit diesem zweiten Schritt merkst, wie du Stück für Stück mehr in deine Kraft zurückfindest, wie du besser mit solchen Situationen umgehen kannst und in deinem Kopf finden neue Verschaltungen statt oder werden Dinge neu verschaltet, nämlich dass, obwohl zum Beispiel dein Herz schneller schlägt, dein Atem flacher wird, du gut damit umgehen kannst. Dass es keine gefährliche Situation für dich ist und dieses Gefühl, dass du dir mit deiner eigenen Hand, Kraft und Tat aus dieser belastenden Situation geholfen hast, wo wahrscheinlich viele Gespräche einfach nicht den durchschlagenden Erfolg hatten, dass du das alleine schaffen kannst, macht wahnsinnig viel mit deinem Selbstbewusstsein, mit deiner Selbstwahrnehmung, mit deiner Selbstachtung und stärkt ganz enorm deine Selbstliebe. Bei der Behandlung von Traumata beispielsweise hilft die Klopfakupressur, die Erinnerung wieder richtig zu sortieren. Durch die außerordentliche Belastung des Traumaerlebens findet die Erinnerung nicht vollständig, manchmal auch in der falschen Reihenfolge, manchmal auch alles zusammen statt, um aber wieder auf eine richtige, gute, hilfreiche Reihenfolge und Vollständigkeit hinarbeiten zu können. Auch da hilft die Klopfakupressur, dass man sich an das traumatische Erlebnis erinnern kann, ohne aber zu kollabieren, emotional oder körperlich. Am Ende greift alles ineinander, alles ist miteinander verbunden und die Klopfakupressur schlägt eine wunderbare Brücke zwischen der mental-kognitiven Ebene, der emotionalen Ebene und der körperlichen Ebene. Da du alle Erfahrungen immer auf diesen drei Ebenen machst, hast du auch den größten Erfolg bei deiner Veränderung, wenn du diese drei Ebenen auf jeden Fall gleichzeitig berücksichtigst. Und wenn du jetzt genauso begeistert bist, wie ich von der Klopfakupressur begeistert bin, dann abonnierst du diesen Kanal, damit du keine Anregung, keinen Klopfimpuls mehr verpasst. Ich wünsche dir alles Gute, klopf dich auch ins Leben zurück, du bist es wert, deine Tina.